Willkommen zurück zu Let's Play, äh, verdammt, Windforge. Okay, das muss nochmal ein bisschen größer, das Loch, sonst passe ich da nicht durch. Jetzt nach unten. So, das ist ziemlich blöd. Schnell nach, geh doch nach oben, das Schiff ist irgendwie komplett kaputt. Was wird das? Hallo, ich bin hier noch, pass doch mal auf, haut ab. Das Schiff an sich sollten wir ja eigentlich nicht angreifen, hoffe ich mal. Ich will schnell weg vom Schiff, dann treffen wir das auch nicht. Ach ja, wir wollen nur mich. Ja, danke, toll. Komme ich ja gut wieder weg. Diese Schiffe, diese gegnerischen, fliegenden Schiffe, die hier überall rumfliegen, die sind super nervig. Oh, ich schneide da gerade vier. Vier Stück. Das könnte sehr gut werden, das könnte, das ist auch sehr gut. Oh, das nervige Schiff ist weg. Anonen habe ich bis jetzt auch noch keine gesehen. Ja, Tum, da ist eine. Ach, nö. Ach, nö, das ist okay, das ist scheiße jetzt. Und wieder hier draußen. Und wieder hier draußen. Habt ihr gesehen, wie schnell ich da gerade reingegangen bin? Ja, das Teil war mir ein bisschen zu nah. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe Load gedrückt. Jetzt sind es zwei. Das wird nicht besser. Mach. Mag diese Gegend nicht. Safe. Warum waren... Warum waren das gerade noch zwei, warum sind das gerade zwei geworden? Oh, Moment mal. Gibt es hier oben auch irgendwas? Ja, tatsächlich eine Kiste. Lifestone Fragment. Könnte gut sein. Und dann gibt es hier nichts. Toll. Oh, Fast Eight Kit. Ja, toll. Jetzt sind aber die... Jetzt haben wir hier aber die vier... Ach, ne. Das ist ein bisschen anderer. Was habe ich denn da? Achso, was ist das? Aha, okay. Wie viele haben wir? Ja, gut. Sechs. Gut, einmal speichern. Okay, versuch mal was. Dafür haben wir noch genug Munition. So. Okay, na, ne. Das brauche ich nicht. Ah, ja, toll. Achso, das ist die rote, oder? Ja. Ja. Hat ja lange genug gedauert. Oh, gar nicht. Äh, Moment mal. Ich habe nichts dabei zum Bauen. Okay. Das ist natürlich ganz toll. Daran habe ich nicht gedacht, dass ich vielleicht was zum Flicken hätte mitnehmen sollen. Das ist auch ganz schlecht hier. Stürzt du mal? Okay. Ah, daneben. Aua, ich muss sie weg. Wo ist denn der Boss bitte? Oder, ne, ist er nicht da links drin? Kann man hier leider nicht so gut erkennen, wo genau der Boss denn jetzt ist. Die Räume sind alle relativ gleich groß. Aber hier ist er nicht. Aua, natürlich. Aua, natürlich. Daneben. Ganz schlecht. Das ist auch schlecht. Okay, es wäre definitiv schlauer gewesen, sich was zum Bauen mitzunehmen. Was gefunden, was gefunden, was gefunden. Oh, ja, toll. Okay. Okay. Unten würde ich gerne hin, aber... Lass mir das lieber mal. Ja, komm, geh zur Kanone und lass dir explodieren neben dir. Okay, ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier unten... Oh, das hast du gut gemacht. Warum ich hier unten jetzt keine Luft mehr bekommen? Das ergibt irgendwie überhaupt... Ah, doch, doch. Okay, ergibt Sinn. Okay, ich verstehe es. Jetzt hat sich auf jeden Fall gut viel Schaden gemacht. Wir haben eine Granate, tatsächlich. Wir haben sogar noch eine Granate. Die werden wir gleich mal benutzen. Sollten wir nicht vorher sterben. Tür zu. Er bewegt dich. Und hier hoch, bitte. Okay, wenn er hier oben ist, dann kommt es hier durch. Runter, Granate, dahin. Schnell wieder hoch. Nicht sterben. Und... Wieder und weiter nach oben. Klingt nach einem guten Plan. Aber ich glaube, er wird nicht mitspielen. Habe ich ihn getroffen? Eher nicht. Naja, toll. Gut, dann habe ich ja noch die andere Granate hier. Kontaktgranate. Ich gehe mal davon aus, dass sie direkt explodiert. Wenn sie ihn trifft. Dann kommst du jetzt dorthin. Beweg dich doch mal. Jetzt zieht das Unnötige in die Länge. Irgendwann wirst du doch eh sterben, Boss. Jetzt lass es einfach geschehen. Warum steht hier unten jetzt eigentlich 10? Ich habe keine 10. Ja gut, ja gut. Egal. Komm. Hoch. Jetzt beeil dich. Ja gut so. Jetzt nur noch zu mir. Vielleicht kommt da so ein Tentakelviech oder ein anderes Schiff. Killt ihn und ich muss da irgendwie hinkommen. Ja. Da wo er jetzt war. Also da unten stand ich ja eben. Da wäre ich jetzt tot. Wo will denn der jetzt hin? Liegt der da oben jetzt zur Stadt oder? Ja da hätte ich auf jeden Fall einen Vorteil. Jetzt komm hier runter. Ich könnte natürlich auch mit meinem Schiff gegen dich kämpfen. Aber dann bin, dann ist das Schiff Schrott. Dann stürzt ich irgendwo ab. Und ja. Wo geht denn der bitte? Nein, 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 ich glaube ich war... Hä? Achso, nee, okay. Alles gut. Das ist schlecht, wenn der das macht. Warum ist denn da? Warum ist das so? Jetzt mach doch mal was. So kommen wir beide nicht weiter. Na gut. Oha, Schaden. Was ist denn wegen diesem riesigen Loch? Nein, der braucht mir wirklich viel zu lang. Und da unten sind wir gerade noch durch. Dann kommt man hier oben in den Gang. Ja, man greift ja mal wieder an. Man trifft sich noch fast selber. Vielleicht kann man den hier noch ein bisschen weiter nach oben zur Stadt locken. Jetzt passt es wieder aus. Warum kann sich zum selber keinen Schaden machen? Ja, Stacheln. Ja, das ist gut. Okay, das ist die richtige Richtung da. Okay. Das war eben sehr gut. Oh, das ist gar nicht so gut. Okay, mein Bereich wird immer enger. Ja. Ja, komm ja oben durch. Habe ich davon jetzt wirklich einen genommen? Ach, Mann. Das wollte ich nicht. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Deswegen. Ja, blöd. Blöd gelaufen für mich. Oh, das ist. Ja, ne. Wird der gerade so viel Schaden bekommen? Ja, komm ja hoch. Oh. Da ist aber auch noch eine gute Gelegenheit. Und ich glaube, dort unten könnten auch noch Stacheln sein. Aber der muss einfach nur in die Kanone rein. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das war ein bisschen Schaden gemacht. Okay, das ist dumm. Das finde ich ein bisschen, dass das nicht wieder weg geht irgendwie. Wenn es einmal da ist, ist das dauerhaft so. Das finde ich blöd. Das finde ich nicht gut. Oh, jetzt sterbe ich auch noch daran, weil das so komisch gemacht ist. Na gut, das ist jetzt auch egal. Ich sehe dort vor allem auch nichts davon. Ja, da ist er unten sehr nah an seiner eigenen Kanone dran. Okay, ich habe immer weniger Platz hier. Aber er kriegt doch immer mehr Schaden. Jetzt können wir oben. Habe ich sonst noch irgendwas? Irgendwas, was viel Schaden macht. Nein, ich sehe nichts. Dann komm hoch jetzt. Ey. Warum kriege ich denn hier wieder keine Luft? Achso, weil es dort oben auf ist. Muss auf mein Schiff. Okay, das ist aber auch komisch, dass hier jetzt nicht alles voll ist. Nochmal speichern. Also, ich trete jetzt ungern einen Rückzug an. Deswegen. Wird das jetzt hier nochmal kurz alles repariert wieder. Und dann ziehen wir in den Krieg. Mit dem Schiff. Du wirst nicht willst du da. Nein, das ist jetzt nicht mehr. ist. Oh. Äh. Äh, ne. Okay, das macht keinen Schaden am Schiff. Was passiert denn hier jetzt? Einfach plötzlich Schaden bekommen. Hallo, warum stehe ich denn jetzt? Hallo? Was wird das hier? Was sollte das denn gerade? Kann ich dich mit ins nächste Gebiet locken? Bitte, kommst du mit? Dann scheint es ja irgendwo ein Loch drin. Oh, wie soll ich das jetzt verstehen? Kann ich das, kann ich den oberen Bereich nicht mehr nutzen? Toll, wie sollen wir jetzt hier wegkommen? Okay, dann müssen wir jetzt nochmal nach oben und Munition kaufen. Hier steht. Funktioniert. Sollte damit funktionieren. Tut's aber nicht. Wir haben aber ja noch. Achso, ne. Hier muss ich hin. Äh. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt, aber wir hatten noch so eine neue Kanone. So eine andere Kanone. Hier. Ach, verdammt. Und ich weiß nicht, aber vielleicht ist hier ja schon automatisch ein bisschen Munition dabei. Okay, wenn man sich bewegt, dann ist das ein bisschen... Ja, dann funktioniert das nicht richtig. Mit mich umbringen. Das ist schlecht. Das ist auch sehr schlecht. Hier passiert gar nichts Gutes. Oh, ich hab das Schiff gerade eigentlich ja gestoppt. Es fliegt trotzdem noch weiter nach unten. Oh, hallo. Ich hab da Probleme. Okay, dann. Dann so, wenn du... Wenn's dir gar nicht anders geht. Du willst einen Kampf, den kannst du haben. Einfach Totschreddern. Oh. Egal. Egal. Der wird gleich sehen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Aber warum krieg ich eigentlich Schaden? Warum hat er so verdammt viele Leben? Das verstehe ich auch nicht. Na gut, soll leider ein Schwerhaus sein. Und es ist es auch. Zumindest, wenn man nicht die richtige Ausrüstung hat, so wie ich. Aua, warum? Ich bin gleich tot. Und wie auch immer das jetzt da reingekommen ist. Ja, komm schon. Stirb einfach. Ich hab dich doch. Hoffnung, fast. Heilung. Sollte ich noch ein bisschen was haben. Ich schweichere mal kurz. Wir schaffen das nun. Nein, nicht gut. Ja, das sieht schon besser aus. Was schießt denn da noch? Willst du eine Kanone? Schießt du jetzt auch noch mit? Ja. 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 Stirb doch jetzt mal. Warum hat er so viele Leben? Wahrscheinlich ein paar tausend Leben. Also ja, muss er haben. Ich hab ihn schon ein paar tausend Leben abgezogen. Hm. Er ist tot. Nein. Stopp. Stopp, 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 stopp. Scheiße. Er ist tot. Wir haben es geschafft. Irgendwie. War bisher der schwerste Boss. Das kann ich so sagen, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir nur noch kurz gucken, wie wir das hier am besten holen. Nein, so nicht. Das war ziemlich dumm. So, die unteren beiden Bereiche sollten jetzt eigentlich voll sein mit den giftigen Dämpfen. So, aber das ist dann weg, ja. Okay, das war schwer auf jeden Fall. Ich bin ja auch das erste Mal bekämpft, so richtig, kann man sagen. Eigentlich ja nie. Egal. Gut. Das kann jetzt nicht wahr sein, jetzt. Das ist ja toll. Und ich meine, warum fliege ich da eigentlich direkt wieder hoch? Das Teil ist doch wieder da. Nein, ich bin nicht da. Muss natürlich auch ein großer sein. Okay, wir fliegen jetzt noch kurz so weit, dass wir aus diesem giftigen Nebel raus sind. Und dann beende ich erstmal den Part. Und fliege dann entweder fliege ich alleine kurz zurück. Oder wir fliegen im nächsten Part gemeinsam zurück. Das war auf jeden Fall jetzt, glaube ich, die letzte Quest, die bei uns offen war. Mal gucken, was danach noch kommt. Oder ob danach überhaupt noch was kommt. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Spiel ist. Ja, das sieht doch schon besser aus. Bis auf die. Die sehen nicht gut aus. Ach, hier sieht es doch schon wieder viel schöner aus. Gut, dann beende ich hier nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.